Hallo und grüß euch! Im folgenden Video geht es jetzt um die Kontrolle meiner digitalisierten Daten in ArcGIS. Also ich gehe davon aus, dass man jetzt quasi flächendeckend digitalisiert hat. Ich habe hier ein anderes Video gemacht bezüglich der Topologieüberprüfung und die ist an dem Punkt jetzt quasi abgeschlossen. Also ich spreche davon aus, es gibt keine Lücken mehr, keine Überschneidungen und wir haben das gesamte Arbeitsgebiet abgedeckt. Vielleicht seid ihr verwirrt, weil es gibt jetzt, ich habe da jetzt meine Topologie noch drinnen, sie zeigt noch einen Fehler an. Jetzt werden wir schon alle Fehler mal suchen. Es gibt noch einen Fehler und der umfasst quasi das gesamte Arbeitsgebiet und das ergibt sich daraus, das ist eben die Must-not-have-Gaps-Regel und weil einfach die Polygone dann nach außen hin an kein anderes Polygon angrenzen, was logisch ist, weil unser Arbeitsgebiet aufhört. Also das ist der einzige Fehler, den ihr ignorieren könnt. Man kann übrigens auch, wenn man das weiß, rechtsklicken auf einen Fehler hier und dann auf Mark S Exception draufklicken und dann wird das auch nicht mehr anzeigt. Das heißt, wir haben da jetzt unsere Digitalisierung und die Fehlerüberprüfung ist abgeschlossen. Wir haben immer schön gespeichert. Das heißt, die Topologie kann ich mir jetzt ausblenden. Eigentlich kann man es rausschmeißen in Wirklichkeit, weil es abgeschlossen ist und die muss ja nicht auf das Kartenlayout dann später. Jetzt gibt allerdings schon noch ein paar Dinge zu beachten, um zu kontrollieren, ob das auch tatsächlich stimmt, was wir da jetzt digitalisiert haben. Erster Schritt wäre zum Beispiel, um zu schauen, ob die gesamte Fläche abgedeckt wurde, wie groß ist unser Arbeitsgebiet. Also entweder man weiß das, wenn man es selbst zeichnet hat oder man schaut halt nach. Ich schaue jetzt einfach in die Attributtabelle vom Arbeitsgebiet und da haben wir Shape Area 4 Millionen. Was ist das 4 Millionen Zwitschgenknädel? Na, 4 Millionen Meter. Das sehen wir, wenn wir sie nicht sicher sind, auch rechts unten da. Da steht immer, in welcher Einheit gerade das ArcMap arbeitet. Und das hängt immer natürlich von unserem Raumbezug ab, aber wir arbeiten dann mit Daten, die in Metereinheiten funktionieren. Kann auch was anderes sein. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, sieht man es am schnellsten hier rechts unten. Das heißt, wir haben 4 Millionen Quadratmeter. Das ist auch für die Auswertung der Daten für euch wichtig, weil vielleicht machen wir es ja umrechnen auf Hektar zum Beispiel. Na gut, und auf jeden Fall soll natürlich jetzt unsere Landbedeckung, unsere Polygone, die sollten ebenfalls 4 Millionen Quadratmeter ergeben. Das heißt, ich schaue in die Attributtabelle von meiner Landbedeckung. Wir haben da die Fläche, aber jetzt auf den ersten Blick keine Aufsummierung dieser Fläche, aber es gibt da eine nette Funktion. Wenn ich hier oben, wo Shape Area steht, quasi in den Namen meiner Spalte rechts klicke, gibt es das Feld zur Auswahl Statistics. Da klicke ich einfach mal drauf. Und da sehe ich jetzt einige statistische Werte sozusagen. In aktuellen interessiert uns eigentlich nur die Summe. Also was ist die Summe aller unserer Polygonflächen? Und da haben wir 4 Millionen stehen und das ist perfekt. Das heißt, wir haben sauber digitalisiert und es ist alles abgedeckt. Gut, also das ist schon mal auf den ersten Blick super zu sehen. Dann, natürlich, jetzt stimmt also mal unsere Geometrie, aber natürlich soll er unsere Zuweisung der Nutzung oder der Lampedeckung auch stimmen. Also wir haben ja da jetzt immer, also ausgehend von dieser Spalte mit Lampedeckung, da muss quasi überall was drinnen stehen. Also wir wollen kein Polygon, wo wir nicht wissen, was das ist. Das wäre ein Fehler. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten damit umzugehen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Zum Beispiel, also ich meine, da sehe ich auf den ersten Blick, da steht 22 drinnen, da kann was nicht passen. Um sich das zu erleichtern, kann man die Tabelle da anhand der Spalten sortieren. Also ich mache rechtsklick auf Lampedeckung hier und sage einfach mal Sort Ascending. Was sehen wir da? Da können wir jetzt einfach mal drüber schauen, ob das alles Sinn ergibt. Die Nummern, also da sehen wir, okay, Nummern passen. Da fehlt ein paar Mal der Text. Das schaut auch gut aus. Aber hier unten, was haben wir da? Da ist eben dieser Fehler von vorher mit Baumreihe. Ich weiß gerade nicht auswendig, welche Nummer das haben soll. Da kann man einfach nachschauen in meiner Symbolisierung. Also wir haben da eine Baumreihe und die sollte die Nummer 6 haben. Jetzt kann ich auch noch kontrollieren, ob das überhaupt Sinn ergibt, indem ich, wenn ich die Zeile markiere, also jede Zeile entspricht ja einem Polygon, dann hebt er mir quasi das Polygon hervor. Plus, wenn ich drauf doppelklicke hier links auf diesen grauen Block, dann springt er mir sogar hin. In dem Fall sehe ich, ups, also da stimmt weder die Nummer noch, dass es eine Baumreihe ist. Da haben wir einfach ein Grünland in Wirklichkeit. Und Grünland ist was? Zwei. Das heißt, da ist irgendwie beim Eintippsen ein Fehler passiert. Das heißt, wir sagen zwei. Jetzt stimmt das. Was haben wir da? Irgendwas mit Nummer 6. Das wäre eben theoretisch die Baumreihe. Ups. Da bitte hin. In dem Fall stimmt es. Das ist die Baumreihe. Das ist eh das, was ich da mal einzeichnet habe. Das ist scheinbar die einzige Baumreihe, die wir haben. Ich trage da jetzt gleich den Namen auch noch ein. Baumreihe. Genau, damit der Text da drinnen ist. Nur mal zur Wiederholung. Die Formatierung, die wir da haben, ist abhängig von der Nummer hier. Der Text ist eher so eine zusätzliche Information und wird nicht, der hängt jetzt nicht zusammen mit unserem Layout oder so. Also ihr seht hier, wenn ich da zwei eingebe, schreibt er nicht automatisch Grünland hin. Das ist etwas, was wir manuell gemacht haben und machen müssen, wenn wir was ändern. Zum Beispiel da fehlt ein paar Mal der Text Grünland. Das geht jetzt am einfachsten so. Also ich möchte quasi, dass überall in jeder, auf jedem Polygon, in jeder Zeile, wo ein Zweier da in der Spalte steht, hätte ich gern, dass auch Grünland in der Bezeichnung steht. Das mache ich am einfachsten mit der Select by Attributes Funktion, das ihr eh hoffentlich kennt. Also ich klicke hier und auf Select by Attributes. Ich hätte gern, und da schreiben wir jetzt die Formel rein, Landbedeckung ist gleich 2. Das heißt, es wird alles markiert, wo hier ein Zweier drinsteht. Schaut gut aus. Und jetzt mache ich hier oben, da wo ich den Text in der Spalte, wo ich was ändern will quasi, mache ich einen Rechtsklick und sage Field Calculator. Und da kann ich quasi reinschreiben, mit was er mir das Feld füllen soll. Das kann eine Rechnung sein, das kann quasi ein Code sein, aber es kann ganz einfach eine Zahl sein oder Text. Ich denke, Text muss unter Anführungszeichen sein. Ich probiere es jetzt mal aus. Grünland schreibe ich da jetzt rein. Auch wenn es da jetzt schon drinnen steht, aber es ist ja wurscht, das überschreibt nochmal rein. Also sagen wir, es soll überall Grünland drinstehen. Schauen wir, was passiert. Schaut gut aus. Ihr seht, jetzt ist das sauber überall gleich. Und er schreibt das eben nur darin, wo wir auch markiert haben. Das heißt, das ist ganz wichtig. Wasser haben wir eh noch eines und das schaut eigentlich der Rest ganz gut aus. Die städtische Grünfläche. Ja, das ist das. Ja, passt auch. Das heißt, jetzt schaut das OK aus. Ich sortiere das jetzt nochmal neu, damit das wieder passt. Gut, das heißt, jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn wir dann unsere Karte haben, das ist ein bisschen klein, aber es ist ja wurscht, stimmt unsere Geometrie und es stimmt unsere Kategorisierung sozusagen. Und jetzt können wir mit der Auswertung beginnen. Aber das ist eigentlich Teil eines nächsten Videos, wenn überhaupt. Also das habt ihr in den Unterlagen ganz gut erklärt. Also wichtig ist, dass ihr sauber digitalisiert habt und das alles in der Tabelle quasi auch befüllt ist, sauber. Vielleicht noch erwähnenswert die Straßen. Da überprüfen wir jetzt die Geometrie nicht eigentlich. Aber nichtsdestotrotz müssen auch alle Straßen sauber zugewiesen sein. Also wir unterscheiden ja zwischen Haupt- und Nebenstraße. Und da gibt es auch so ähnliches System wie hier. Also das ist auch zu kontrollieren, ob die alle ordentlich vergeben sind. Einzig bei den Bäumen ist es wurscht, weil ein Baum ist halt bei uns einfach nur ein Punkt, wo wir nicht weiter unterscheiden. Gut, aber wenn das alles passt, wenn überall was drinsteht und die Geometrie stimmt, dann kann man dann weitergehen und die Daten, die man jetzt erzeugt hat, im Anschluss auswerten.